Was geht ab Freunde, herzlich willkommen zur neuen Season, die neue Season ist am Start, ich bin übertrieben gehypt, es gibt neue Skins, neue Orte, neue Map, neue Veränderungen, es gibt so viele Sachen, die wir gemeinsam entdecken werden und entdecken müssen Leute, ich bin so übertrieben gehypt, wir werden jetzt in diesem Video erstmal komplett den ganzen Battle Pass kaufen, ich zeige euch alle Skins in dem Battle Pass, die ganzen krassen Emojis für Skin Contest, die ganzen Emojis und wir werden außerdem die geheimen Skins, die im Battle Pass versteckt sind, uns natürlich auch angucken und also Leute, lasst schon mal einen fetten Like da und ich würde mich natürlich übertrieben fett freuen, wenn ihr den Battle Pass mit meinem Creator Code S2MU über meinem Kopf, tag, genau dort, eintragen solltet, markiert mich gerne auch bei Instagram, dann werde ich den einen oder anderen reposten, Leute, ich küsse auf eure Augen und jetzt ganz viel Spaß mit dem Battle Pass Video, let's go! Bevor wir uns aber den Battle Pass angucken, gucken wir uns natürlich den Battle Pass Trailer an, liebe Leute, wir sehen die Shatu, wir sehen Shanta als neuen Battle Pass Skin, wir sehen die junge Dame hier, guckt nicht so, wir sehen unseren Krieger, bam! Bam, der hat auch richtig coole Stile, coole Varianten und natürlich Highlight vom Battle Pass Skin, Spider-Man, bam! Let's go zum Battle Pass! Werde Teil der Fortnite Crew und erhalte heute den Battle Pass? Ich glaube, da geht es nicht mit rechten Dingen zu, also Freunde, gehen wir mal auf den Battle Pass, ich habe hier alles schön aufgeladen, V-Bugs aufgeladen, ja? Ich werde natürlich erstmal alles kaufen, hier Level kaufen und die Facecam muss natürlich ganz weit weg, nach rechts, oh, wir sehen schon den ersten krassen Emote. Ich würde mal sagen, wir lassen die Facecam genau dort, wo sie jetzt gerade ist, damit ihr alles schön auch sehen könnt, deshalb Leute, zack, alles kaufen, wir gehen komplett auf die letzte Seite, Freunde. Die Battle Pass Stande sind weg, wie man sehen kann und Leute, wir gucken uns jetzt erstmal den normalen Battle Pass an. Wir kommen später zu den geheimen Sachen und wir starten aber auf der ersten Seite, Leute, ganz oben haben wir die neue Shanta, Freunde, die hat einfach so Ähnlichkeiten mit so einer indischen Göttin, würde ich einfach sagen. Dann rein von der Optik hier, auch hier mit der Maske, mit der goldenen Maske, ist ein ganz solider Skin, würde ich mal sagen, für den ersten Battle Pass Skin, ja, dafür, dass sie auch hier so Gold ist. Dann gehen wir mal rüber auf Ronin, neuer Samurai-Krieger hier mit seinen zwei Schwertern, eigentlich von der Optik hier mit seinen Tattoos, richtig cool, auch mit den weißen Haaren, der hat auch unterschiedliche Stile, zu den Stilen kommen wir jetzt auch noch später. Aber ja, für den ersten Eindruck gar nicht mal so schlecht, im Trailer sei er jetzt nicht so cool aus, hier als Skin nochmal separat, ist schon ganz okay, würde ich sagen. Hier, wir haben Mandy als Hängegleiter von unserer Shanta, dann haben wir hier Blüte der Ahnen als Backbling, Lotusblüte, wir haben Lotus-Spray von der Shanta, wir haben die Lotusblüte als Backbling. Boah, das sieht krass aus, nee, das ist der Hängegleiter, Freunde, und das ist das Rücken-Accessoire gewesen, das ist der Contrail, da müssen wir uns ganz kurz mal korrigieren, das war nämlich der Contrail. Und das sind die Spitzhacken von ihr, bronzene Krummsäbel, richtig orientalisch angelehnt, V-Bugs, Leute, Banner-Symbol und der Runen-Ladebildschirm. Gehen wir mal weiter zur zweiten Seite, V-Bugs, meine Damen und Herren, wir haben hier Mondenergie, okay, ja, hat was. Okay, rote Akzente vorhanden, denke ich mal, kann man richtig schön zu düsteren, roten Skins kombinieren für Skin-Contest, Leute, ihr wisst natürlich, lasten, fetten Leiter, diese Woche wird es wieder Skin-Contest geben, dann werden Steini und ich bewerten. Also jetzt auch nochmal eine Glocke aktivieren, um hier nichts zu verpassen. Der Hängegleiter von Ronen, Halbmond-Gleiter, ja, sieht ganz okay aus, hat was. Blutroter Halbmond, das sieht ja auch mega mächtig aus. Gehen wir mal rüber zu seiner Spitzhacken, Schwert des Halbmondes. Sein Ladebildschirm, beziehungsweise Ladebildschirm von Shanta. Und die Lackierung von Shanta. Hier rechts haben wir dann Ronen-Spray, Ronens Mission steht hier, Spray-Motiv. Und Ronen mit seiner zweiten Version, die zweite Version von Ronen, wo er hier, ähm, wo er hier mit seinen blonden Strähnchen am Start ist. Und warum ändert sich der Skin? Ey, wir sind jetzt schon direkt einfach die blauen Varianten. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab nichts gedrückt, das hat sich von alleine verändert. Gehen wir mal rüber zur dritten Seite, meine Freunde. Ich sehe schon den guten alten Lama, der hier fett trainiert hat und als mächtiger Macho-Lama hier rausgekommen ist. Dazu kommen wir auch gleich, Leute. Die Flammen-Emoji, okay, ist jetzt nicht so besonders, auch von der Qualität. Das sieht so verpixelt aus, fand ich jetzt nicht so krass. Monster Truck Junior, okay, das ist mal mega geil mit den Seifenblasen, die da rauskommen. Das ist echt cool, Leute. Ein schönes Fortbewegungs-Emoji, feier ich. Also das ist wirklich ein 10 von 10-Emoji, das ist echt geil. Dann gehen wir mal rüber. Wir haben hier flammender Halbmond als Contrail. Hier drüben haben wir Lama-Schrott. Lama-Schrott, ja, kann man mitnehmen mit der Axt drinne von unserem John-Lama. Ey, John-Lama, guck nicht so. Warum guckst du auf einmal so böse? Hast du trainiert die letzte Zeit? Stellt euch mal vor, Leute. Klar, es ist nicht der Fall. Aber wir werden irgendwann kein lilanes Lama mehr haben. Stellt euch mal vor, wir bekommen diese Art von Lama auch im Game. Also nicht mehr so lilanes Lama, was da rumrennt, sondern so ein rotes, was dann irgendwie geilere Items droppt. Einfach nur so eine Vorstellung, ja. Wird eh erstmal nicht passieren. Hitziges Gefecht als Ladebildschirm und Lama-Banner-Symbol. Dann gehen wir rüber auf die vierte Seite, meine Freunde. Es wird ja immer crazier. Wir haben hier die Muckis von unserem Mach-Lama. Wir haben hier liebliche Kunst. Sie malt etwas. Jinx, mal nicht. Freunde, hier an der Stelle habt ihr schon Arcane zu Ende geguckt? Deshalb spiele ich übertrieben oft hier diesen Jinx-Skin, weil Arcane war übelst krass. Aber Leute, wir sind bei Beta-Pass Lama-Angriff. Und warum erzähle ich jetzt über Arcane, wenn wir eigentlich über einen Beta-Pass reden wollen. Lama-Angriff als Spray-Motiv. Die schwarze Variante von unserem John-Lama. Maschallah, der sieht ja richtig mächtig aus. Gehen wir rüber auf seine Spitzhacke. Wir haben vorhin noch sein Backplane gesehen. Und haariges Ungetüm als Hängegleiter. So haarig ist das Ding gar nicht. Erkunden. Okay, neuer Ladebildschirm. Was können wir darauf sehen? Wir können unter anderem die neue Gewitterart oder das neue Gewitter in Fortnite sehen. Ein Tornado können wir hier sehen. Wir sehen die Stato. Wir sehen hier ein Eisbinom, Tilted Towers mit der Uhr oder was? Oha, crazy. Also, da bin ich echt gespannt, die ganzen Sachen gleich mit euch zu erkunden. Da müsst ihr auf jeden Fall auch am Start sein, Freunde. Ich werde jetzt die nächsten Tage wieder so krasse Videos für euch droppen müssen. Das ist Pflicht, Leute. Wir haben hier den Hängegleiter von unserem neuen Skin, den wir gleich zu Gesicht bekommen. Wir haben das Banner-Symbol. Wir haben Ronin Silvester. Okay, ihr merkt gerade, er wird immer krasser und krasser. So krass sah er im Trailer gar nicht aus. Ich sag euch jetzt, wie ich das hier gerade sehe. Mit der Weste, das sieht schon krass aus. Das sieht schon cool aus. Wir haben hier Havens Maske. Auf der anderen Seite sehen wir dann Nomadenschätze. Als Lackierung von unserer Haven oder Haven. Haven, Hafen, Haven. Haven, Katze, Matze, Katze, Katze, Katze. Und die Spitzhacke, Wildnissperr. Loading Screen von hier haben wir auch noch. Sieht ganz okay aus. Gehen wir mal rüber auf die nächste Seite. Wir haben hier Haugummi. Eine Spitzhacke von einem neuen Skin, den wir auch gleich sehen werden. Sieht eigentlich auch ganz okay aus. Die Gummi. Das Gummibeutel als Rückenaccessoire. Wo man hier so kleine Kügelchen hat, die einfach sich bewegen. Ist ja lustig gemacht, Leute. Dann haben wir hier gleich Knallz als Spraymotiv. Wir haben einen neuen. Der dachte, der kann uns Angst einjagen. Freunde, ich zeige euch, wie man das richtig macht. Wer ist besser? Okay, das war es mal wieder komplett, Leute. Dann gehen wir mal rüber zur zweiten Variante von Haven. Umgedrehte Kappe. Leute, ihr merkt schon, das Thema ist einfach umgekippt, umgekehrt. Alles ist umgedreht und umgekehrt. Hier vorne haben wir auch gesehen im Trailer, als sich das UFO umgedreht hat. Und wir jetzt quasi auf der neuen Insel sozusagen sind. Und, Leute, der neue Skin Kaugummi-Kerl. Was bist du denn für ein Kaugummi-Kerl? Ach, das sind Kaugummis. Okay, das heißt, diese Dinger, die wir hier gerade gesehen haben im Backbling, sind auch Kaugummis. Schade, dass man nicht reinzoomen kann. Ich versuche immer, die ganze Zeit reinzuzoomen. Und der geht die ganze Zeit hoch. Konnte man nicht eigentlich immer reinzoomen? Aber, Leute, Kaugummi-Kerl hier in seinem Kopf hat er hier die kleinen Kaugummis. Auf Kaugummis hätte ich jetzt echt Bock, Leute. Das sage ich euch ehrlich. Wir haben dann weiter unten auf der siebten Seite Das Banner-Symbol. Wir haben Kaugummi-Ballon. Wir haben fest im Blick. Und süße Gehirn-Nahrung. Mh, lecker. Schmecker für Spaßentdecker. Bam. Ja, ist cool. Bislang die Animation fühle ich. Dann haben wir hier süße Sorgen als Lackierung, V-Bugs, Kaugummi-Lex. Kaugummi-Klecks, nicht Kaugummi-Lex. Ja, Moment. Kaugummi-Beat und Kaugummi-Kerl als bittere Version. Bittere Kaugummis, Leute. Mögt ihr bittere Kaugummis? Oh, guckt euch das mal an. Apokalypse einfach. Nicht Apokalypse, sondern Apokalypse. Das ist wirklich ein schöner Ladebildschirm. Auf Grusel angelehnt. Ich fühle das. Feier ich. Sieht echt cool aus. Dann gehen wir mal runter auf die nächste Seite, Freunde. Wir kommen jetzt langsam auf Seite 8 an. Auf der achten Seite, meine Damen und Herren, haben wir gehörntes Herz. Dann gehen wir hier drunter auf Himmelsräder als neues Contrail. Weiter unten haben wir dann den neuen Ladebildschirm von dem neuen Skin, den wir auch gleich sehen werden. Den neuen Hängegleiter von mir, X-77. Dann haben wir hier die Spitzenschläger, ein normaler Baseballschläger, der in die Zukunft gebracht wurde. Dort wurde er bearbeitet mit Spice drauf und zack, hast du hier den Spitzenschläger von... Hallo, 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 Maschallah, was geht? Wir haben schneidiger Reiserucksack. Schneidiger Reiserucksack. Wir haben V-Bucks. Oh, 200 V-Bucks. Und Euronen mit Umhang. Ich fand die Version sogar davor cooler, aber dann haben wir sogar tatsächlich die Version mit der Maske. Das sieht ja ein bisschen wie so ein Insekt aus, finde ich, oder? So ein Gesicht eines Insektes. Weiter runter geht's gleich zu Seite 9. Also wir sind jetzt auf Seite 9 und ich sehe schon direkt den guten alten Spider-Man. Freunde, wer hätte das gedacht, dass wir jetzt tatsächlich... Bist du das? Spider-Man, bist du das? Nee, oder? Nee, Freunde, das ist nicht Spider-Man. Netzschwinger als Backbling. Wer hätte das gedacht, dass wir jetzt wirklich Spider-Man haben? Ihr wisst, damals als Marvel rausgekommen ist, die erste Marvel-Kooperation, ich hab die ganze Zeit gesagt, ey, ich will Spider-Man haben. Spider-Man ist einfach mein Lieblingsheld. Schreibt ihr jetzt mal in die Kommentare, wer ist euer Lieblingsheld? Meiner war schon immer Spider-Man und ihr wisst das, ich hab das schon immer gesagt. Warum sind alle Marvel-Skins gefühlt drinnen außer Spider-Man? Und jetzt ist endlich die Zeit gekommen. Eine Season, wo sich das Kapitel unter anderem auch auf ihn bezieht, weil wir viele Items haben oder ein Item unter anderem, das wir auch dann erkunden werden, wo wir uns dann hin und her sein können mit dem Spinnnetz. Darauf freue ich mich schon. Wird das ein mythisches Item sein? Das müssen wir alles erkunden gehen. Und Seite 10, meine Damen und Herren. Mein Spinnensinn schlägt an. Einfach Spinnensinn von Spider-Man. Ihr wisst, wenn das ankommt oder angeht, dann wisst ihr. Der Bedrohung ist in der Nähe. Die Lackierung von ihm, Netzschwinger. Das ist mein cooler Eingegleiter, muss ich an der Stelle sagen. Das sieht echt cool aus. Wir haben einen V-Bucks. Wir haben hier einen Spray-Motivier. Okay. Deftiger Netzhammer. Sieht einfach wie so ein Mikrofon aus. Das sieht auch cool aus. Sein Loading-Screen. Und boah. Das sieht auch echt schön aus. Mit der Sonne, mit dem blauen Himmel. Und die Perspektive, wie er da mit seinem Spinnennetz quasi zielt. Leute, das ist echt schön gezeichnet worden. Feier ich. Und Leute. Einfach abhängen. Bei dem Emote frage ich mich, Chat. Was passiert, wenn über deinen Kopf nichts ist? Keine Wand, kein Dach, gar nichts. Kein Gebirge, nichts. Wo hältst du dich dann da fest? Ist das dann irgendwo abgetrennt? Das müssen wir auch ausprobieren, Leute. Oder geht das bis ins Unendliche? Wenn das bis ins Unendliche nach oben geht, dann müssen wir zehn Leute hintereinander hinstellen. Der andere guckt vom Berg und sieht dann einfach, ey, da sind keine Ahnung was für Strahle gefühlt. Aber da bin ich echt gespannt. Das müssen wir ausprobieren. Und dann haben wir hier Spider-Man mit seinem Symbioten-Anzug, Leute. Boah. Und sein Backbling auch mit der Symbioten-Variante. Hier schön seine Kamera. Wie wisst du? Peter Parker, a.k.a. Spider-Man. Immer schön als Fotograf unterwegs. Also, Leute. Grob gesagt zum Battle Pass. Mega nice. Wir gucken uns jetzt noch die geheimen Sachen an. Bis jetzt. Die ersten zwei, drei Skins waren okay so. Aber Spider-Man holt da einfach wieder alles raus. Also, Spider-Man ist da so krass, Leute, dass er alles wieder rausholt. Dann gehen wir mal rüber und gucken uns die Bonus-Belohnungen an. Das können wir leider noch nicht anklicken, Leute. Weil die Masken kommen erst in einem weiteren Verlauf von den Seasons, von der aktuellen Season dann raus. Dafür gehen wir jetzt bei den Belohnungen rein. Wir haben hier Lamy in der schönen lilan Variante, so wie man es kennt. Wir haben ein Banner-Symbol von Spider-Man. Wir haben den neuen Ronin-Style. Smaragd grün. Wir haben von Hello die eisige Zukunft. Wir haben ihre Lackierung. Weiter unten haben wir Shanta als... Ja, sie hat hier ihr Gesicht offen. Aber nur oben Kopfschmuck statt hier die ganze Bedeckung mit der Maske. Wir haben einen Kaugummi-Kerl, der ziemlich sauer ist. Ja. Saure Kaugummis, Leute. Das ist nice. Wir haben Spider-Man Future Foundation-Anzug. Das sieht ja auch echt cool aus. Hat was. Das sieht ja auch echt mächtig aus, Freunde. Dann haben wir nochmal Haven in der Mitternacht-Version. Okay. Und unsere Hello mit Helm. Weiter unten haben wir dann hier noch weitere geheimnisvolle Skins. Die erst unter anderem nach 10 weiteren Belohnungen erscheinen. Und unter anderem in 11 Tagen, wie man hier sehen kann. Also darauf bin ich auch gespannt, was für coole Stile wir noch haben werden. Gehen wir mal rüber auf... Ja, das Fundament. The Rock. Leute, ihr wisst, ihr habt das im Trailer gesehen. Das war wirklich krass, dass wir einfach The Rock in Fortnite jetzt haben. Das Fundament, Freunde. Sein Emoji. Anlitz des Fundaments. Sein Spray. Sein Spitzhacke Plasma-Stachel des Fundaments. Sein Umhang. Fundamentsumhang. Und das Fundamental... Die Fundamental-Lackierung. Liebe Leute. Hier weiter unten kann man jetzt schon sehen, der geheimnisvolle Skin, Leute. The Rock. Das ist ein bisschen lame gemacht, so. Ich meine, okay. Man weiß ja eh, dass das The Rock ist. Aber hier sieht man ihn mit der Maske. Und hier kann man halt schon sehen, wie man unter anderem ihn dann ohne Maske sieht. The Rock wurde geleakt, Leute. Wow. So, Freunde. Ihr habt gesehen, geiler Bettepass. Wir werden jetzt gleich mit den Skins coole Challenges machen. Ihr wisst, zufällige Random Boss-Skin-Challenge. Oder vielleicht gibt es auch separate Bosse. Wer weiß, vielleicht gehen wir gleich in die Spider-Mans-Stadt. Und sehen dann Spider-Man dort, wie er rumschwingt. Und man ihn dann kehren muss, bis wir dann seine mythischen Items bekommen, Leute. Lasst einen fetten Like da. Ich bin gehyped. Aktiviert die Glocke. Ich bin unumöglich gehyped. Wir werden jetzt richtig geile Videos shoppen. Leute, wir sehen uns. Haut rein. Peace.